Hermann Lietz wird am 28. April 1868 auf Rügen geboren. Er wächst wohlbehütet und naturverbunden auf einem Bauernhof und zusammen mit acht Geschwistern auf. Die Mutter ist zupackend, der Vater ohne Abitur jedoch belesen. Im Haus finden auch das Gemüt des kleinen Hermann formende gemütliche Leseabende statt. Lietz' Vater möchte, dass seine Kinder Abitur machen und schickt auch Hermann aufs Gymnasium. Doch das Schulwesen im Kaiserreich ist geprägt von Zucht und Prügelstrafe. Man möchte künftige Soldaten heranziehen. Der kleine Hermann leidet darunter und ist kein guter Schüler. Er überlegt nach dem Abitur Bildhauer oder Gärtner zu werden, wird dann aber doch nach Halle ziehen und dort die großen Fragen ans Leben stellen. Antworten erhofft er sich über das begeisterte Studium der Theologie sowie Philosophie. In Jena promoviert Lietz 1891 mit Auszeichnung und besteht auch theologische Examen zur Lehrbefähigung. Lietz findet Aufnahme in einem Gymnasialseminar. In Kötschenbroda wird er, ohne sein Wissen, zum Schulleiter gemacht, um den Fortbestand der Schule zu sichern. Dennoch kann er dort erstmalig seine Vision einer neuen Schulart ausprobieren. Ein Miteinander von Schülern und Lehrern. Eine Einladung nach England lässt ihn nach Ebertsholm zum Internat von Cecil Reddy reisen. Dort darf er noch mehr Strukturen in einen idealen Tagesablauf bringen. Schließlich zieht es ihn 1897 wieder zurück nach Berlin. Dabei hält er Vorträge und findet Gönner, um seine erste eigene Schule zu gründen. Im Frühjahr 1898 ist es soweit. Zusammen mit sieben Jungen, einer Hausdame und zwei, drei Lehrern zieht Lietz ins sogenannte Landerziehungsheim Ilsenburg ein. Dem ersten seiner Art. Es wird ein Abenteuer gewagt, denn am Gutshof muss viel an- und umgebaut werden. Ackerböden werden bestellt und Räume geschaffen. Unkonventioneller Unterricht und Menschlichkeit stehen hier von Beginn an im Vordergrund. Lietz ist sein eigener Buchhalter, Baumeister, Bauer und Briefeschreiber. Jeder wird seinen Gaben entsprechend gefördert und es gibt Wohngruppen mit Lehrern als Familienväter. Bald werden erste Reisen unternommen, um den Kindern die Welt und historische Städten zu zeigen. So geht es unter anderem 1900 mit dem Fahrrad zur Weltausstellung nach Paris. Im Laufe der Jahre reist man durch Europa bis nach Griechenland und Ägypten. Hermann Lietz möchte, dass seine Schüler Kulturen und historische Städten selbst entdecken und den Odem der Geschichte aufnehmen. Zu Reisen und fremde Kulturen kennenzulernen bedeutete auch, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen, das Miteinander und Füreinander zu leben. Aber Lietz will seine Pädagogik noch weiterentwickeln. Er möchte eine Schule für ältere Jahrgänge schaffen, in anderer Landschaft und dabei Bevölkerungstypen kennenlernen. In Sachsen-Meiningen findet er die Ansiedlung von Haubinder und baut dort zusammen mit Lehrkräften, Schülern und weiteren Helfern eine ganze Siedlung auf, fähig zur Selbstversorgung. Im Laufe von zwölf Jahren entsteht ein eigenes Dorf mit Maschinenhaus, Bäckerei, Gärtnerei und Schülerfamilienhäusern. Lehrer und Schüler wohnen unter einem Dach und der Begriff des Bürgers wird geprägt. Sie führen ein gesundes, wertvolles Dorsenleben. Aller bloßer äußerlicher Zwang und jedes Herren- und Vorgesetzten-Spielen fällt ab. Aller bloßer äußerlicher Zwang und vier ab mit dem Schulbus. Aller bloßer äußerlicher Zwang Musik Den ist er anstrengend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020